Kommen, verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Warum? Warum stehst du jetzt vor mir? Ja! Ich wollte da gerade jemanden realisieren zum falschen Zeitpunkt. Ich wollte den Typen über den Haufen schießen, der uns immer noch entschlossen hat. Dann hättest du doch mal! Gerne Schatz mit dem Weg! Dann hättest du draufgehalten! Hab ich ja! Dann hast du mich erschlossen! Ja! Das geht nicht! Wieso? Fünf HP! Fick dich! Jetzt sind die Zähne gegangen. Er sitzt da hinten um der Ecke und chillt sich einweg. Ja, du möchtest! Ja, du möchtest! Klar, da ist ja oben einer an der Decke drinne! Ja, ich hab's schon gesehen! Ich hab auch dieses scheiß Teil gesehen, was er benutzt hat, um da hochzukommen! Warte! Ach, da weiß jemand wie so ein Glitch funktioniert! Schatz mit der Tür! Die kriegen gerade nur... Äh... Ich habe ein Messer! Wo kann der denn? Wo kommen die denn auf einmal her? Sie müssen sich mal den Namen merken und gucken, ob das wirklich was bringt für den. Kannst du mir nicht vorstellen. Okay, das kann man überraschen. Für ihn? Ja. Ich wusste ja, dass er noch mehr ist. Zenfied weiß ich. Komm, ein bisschen weiter fort. Deine geht schneller. Punktegleichstand. Wir sind Führung. Das erste Mal. Geil. Kommst du damit? Dann geh mal hinten rum, Dennis. Ja. Los. Achtung! Wir müssen die von uns kontrollierten Einsatzziele halten. Oh, ne. Oh, ne. Ebenn ein paar Mal. Schade. Ich glaube nicht mehr oder was. Oh, na klar! Ja, wir müssen aber auch schützen. Was ist? Die sind 10? Ja. Die sind von hinten rein gerückt. Ah, fuck. Back! Oh na, leck mich doch! Jetzt haben die Schulden, dass ich weiß nicht. Wer haben die jetzt auch schon? Nö. Oh! Zeh haben sie jetzt noch. Oh! Nee! Jetzt! Ich hab gar keine Spurz bei mir. So schnell kann ich nicht wiederkommen. Kolin, das ist ein Arsch. Ich hab sicher viel da oben. Ganz, ganz viel. Das ist ganz tieblich, ich mein. Na super. Oh, das ist ein Arsch. Sie ist die O. Sie sind die O. Sie sind die O. Sie sind die O. Ich hab wieder dieser Senti, ey. Der ist nur am Campen, ey. Hm. Oh, fuck. Wenn ich das mal füriere. Scharfschütze. Ich? Ja. Ja. Ja, da wollen wir mal Stur drum. Weil ich will dieses komische Meth haben, damit ich hier in dieses, äh... Ja. Dieses Schüssel, oder? Keine. 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 Boah. Das ist wirklich nur ganz selten. Ich finde, ich kann nicht, wie es so läuft. Ja, Scheiße. Du spawnst hier auch zwei Kilometer weit weg. Was soll das denn? Kannst du mich wiederholen? Ja. Kannst du Medikit los hinwerfen? Nein, ich hab keinen. Ja. Das ist kein Medikit? Nein, ich hab keinen. Genau. Der ist hinter dir. Bei mir. Achso, nee. Ich mein da vorne. Das muss da vorne liegen. Weil hier kann jemand, der Medikit ist, gute Punkte machen an der Stelle. Das sind so viele Bastarde, da kann man gar nicht so weichen. Mach mal das jetzt probiere. C4? Ja. Sehr gut. Ja, das klappt manchmal. Wenn die alle da hochklotzen, rennst du da einmal quer durch. Aber jetzt ausgerechnet waren es mal wieder wieder da. Aber ich glaube, ich kann das jetzt noch zünden, obwohl ich tot bin. Ich glaube das geht. Gott, ich weiß nicht. Das klappt manchmal. Hier ist der Weg. Wir haben das Einsatzsziel erobert. Wir haben das Einsatzsziel erobert. Ich kann ja nicht. Aber es ist ja nicht. Ach schon wieder hängt er vor meinem Spawnpunkt rum ... Och kack... verschwind mit den dicken Hintern dort! Ich hab dich nicht gesehen. Ach, gibt es noch andere, die die da umhängen? Ja, Stefan macht's aber mit Absicht. Ich mach's mit Absicht. Ich hab dich nicht gesehen. Ja, wie jedes Mal. Ja, Pech. Du musst dich aufmerksam machen. Da hab ich Pech. Du musst dich aufmerksam machen. Ich fahr doch schon lange um die Ecke. Wie konntest du mich jetzt noch treffen, du Vogel? Vore! Da geht die Fahne nicht immer. Du musst dich aufmerksam machen. Hä? Das ist mir nicht hier gut. Achtung! Alle herhören! Wir haben das Einsatzziel verloren! Over! Wint, ne? Das ist ja nicht. Huch! Das ist klar. Hallo! Was bleibt denn der stehen? Steht das nicht. Hä? Das ist komisch, ne? Der hat ihn eingefroren. Der hat ihn bei dir auch manchmal stehen. Ja, ja, dir. Der steht immer noch da. Ja, ja. Der hat ihn eingefroren. Freeze! Ach so, hinter mir! Freut dich. Jetzt kommen sie wieder von hinten in die Klappe hoch. Oh na, weg! Von allen Seiten irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja. Ich glaube, die meisten sind. Senfi, mein Freund. Oh super. Alles gut. Alles gut! Ich darf mir den, lasst. Das ist gut! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh! Oh! Oh, fuck! Oh! Oh! Wir haben alle Punkte verloren. WTF? WTF? Was Want? Was? So gehen wir hier runter? Wir haben das Ziel neutralisiert. Over. Häh! Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Over. Häh! Achtung! Einsatz ziemlich sicher. Over. Da müsste ich noch mal in die Ecke gehen. Oh, fuck! Vor allem, ich brauche nur noch Eid-Aufstieg, dann habe ich diese Scheiß-Waffe. Dann können wir genauso glitchen. Little Bastardos. Wo kommt das denn her? Erfolg! Hier! Hier, du Vogel! Senfi! Schreib die jetzt an, die sind Wichser. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin mein Freund, nein. Spielerbegegnung. Senfi! Wo ist denn der Trolle? Wir haben ja gar nichts mehr. Nein. Wir verlieren doch gerade wieder die Führung. Ausgerechnet der steht jetzt hier nicht drin. Ist doch scheißegal jetzt. Schreib ihn danach an. Gewinn das Spiel erst mal. Gewinn das Spiel erst mal! Lass mich ganz kurz auf die Stats gucken. Herr, nur 14 Kills. 14 Kills ist mehr als schon so. 15! 15! Oh, du haben auch so ein. 15! Nehmt ihr B hinten? Ach, fuck! Macht auch Sinn, denke ich. Ja. Wo kommt das denn her? Von A. Wir kommen von hinten auf B. Ja. Ja, erzähl's nochmal. Hallo! Was soll ich denn denn? Das ist doch nicht unser Spot. Wie konntest du das denn überleben? Drei Schrottschlüsse! Exzellent, dass ich bei dir gesporn bin. Dann haben ich gleich mitgemacht. Wie kann ich denn nun? Was ist denn? Oh, halt's Maul, echt. Oh, jetzt kurz. Oh Gott. Team Kills. Kannst du was erzählen. Wie hält er mich? Der macht's doch nicht schöner, dass der Springbrunnen in den Boxen ist. Ja, ja. Werden wir? Ich bin jetzt aufzureden. Ober, bleib mal hier. Warum? Ja, zurück Ober. Boah. Achtung. Wir haben das Einsatzziel erobert. Over. Was ist denn das? Das klingt doch... Ich gehe gerade nicht rum. Komm, Ecke tot. Ecke tot. Ach, wisst ihr, ey. Das gibt's doch nicht. Der ist mit seiner Scheißknifte. Dorsen. Der hängt's. Ach, vom Haus oben. Von A aus das rechte Gebäude. Ja. Super. Gemessert, gemessert. Woher denn nur? Frag ihn. Hinten. Dieser verdammte Humofrost, äh... Echt. Ja, dieser Dorsen, ich bin schwach, das Anzug. Das sind... Das ist doch das Hebelchen. Bis durch den Wald. Vieles. Jetzt kriege ich gerade nur noch einen Sack. Jaja. Ja, das heißt, das geht mal raus. Du bist schon mal raus. Hahaha, ha. caboitz. Sollt. Und die rennt hier alle im Rudel rum, das gibt's doch komisch. Und die rennt hier alle im Rudel rum, das gibt's doch komisch. Ich hab's! Ich hab das schönste Hände! Ich hab das schönste Hände! Ich hab das schönste Hände! Man muss gleich mal machen! Ja! Oh, rechts rum! Boah, ist das eine Drohne? Na gut! Versuche ein bisschen Deckung zu geben. Weißt du noch, wo das war bei C, gell? Ja! Hinten! Von hinten! Ah, es war im Haus! Alles klar! Der erste Starboard ist okay! Der darfst uns jetzt nicht mehr sehen! Ja, dagegen schon! Wir ballerten hier! Wer ballert denn hier? Wer auf der Karte ballert denn? Ja, ich seh keinen! Das läuft gerade richtig beschissen hier! Ja, die haben gerade richtig Raum verloren! Wie war dieser Senphi, ey! Der lercht bisschen! So eine Bitch, der Toll! Toll! Ja, die Höhle steht! Okay! Das ist echt untertreten! Ja! 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 Ja!